Also, früher hatten wir in Strasbourg auch eine sehr gute Compagnie de Danse. Voilà. Brassez-vous, s'il vous plaît. Ah, spülen. Spülen. Jetzt könnte es etwas weh tun. So, so. Aber ich kann leider nicht sagen, Zähne zusammen beißen, weil da müssen wir ja durch. Sie wollten ja keine Injection. Ah, ah. Dann würden Sie überhaupt nichts merken. Ah, ah. Präparant, Blondage. Wir können. Amalgam oder porcinelle? Schwanenweiß. Pardon? Schwanenweiß.